Wenn du die Musik startest, dann gib mir Bescheid. So, Hauptstelle, Hauptstelle, gut. Pass? Pass. So, so feinlich gelönt ist angetreten. So feinlich gelönt ist. Soldaten, auf Zeit. Ich gestanden. Sprechen Sie mir zum feierlichen Belöbnis nach. Ich schwöre. Ich schwöre. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Kampfraum zu verteidigen. Kampfraum zu verteidigen. So wahr, wir Gott helfen. So wahr, wir Gott helfen. Wir wussten, dass die Welt nicht vollkommen ist. Und dass es Menschen braucht, die sagen, ich die. Und dass es nicht mit einem Gehalt getan ist. Sondern Einsichten. Ideen gegeben sind. Die andere Dinge im Herzen und im Kopf haben. Die andere Dinge im Herzen und im Kopf haben. Und uns an Maßstäben orientiert. Und uns an Maßstäben orientiert. Die uns das Gesetz, der Einsatz und das Gefecht zwingend vorschreiben. Der eine fragt, was kommt danach. Der andere, was ist Recht. Und also unterscheidet sich der Freie von dem Recht. Ich fordere Sie auf, zum Wohl unseres Landes, zum Wohl unseres Heeres nach vorn zu schauen. Und niemals in den Belühen nachzulassen. Jene Maßstäbe und Standards einzuhalten, für die unsere Truppen im Heer bekannt und geachtet sind. Wer seinem Kinderglauben sich bewahrt. In einer reinen, unbeflegten Krust und gegen das Gelächter einer Welt zu lieb war. Wie er als Kind geträumt. Bis auf den letzten Tag. Das ist ein Mann. Soldaten, rühr euch. Ja, ich bedanke mich für das tatreiche Erscheinen von den Reservisten und auch vom Anhang. Also von der Begleitung. Und ich hoffe, das bringt wieder ein bisschen das alte, soldatische Leben in die älteren Brüste rein. Und ja, bedanke mich nochmal für das Ihr Sein. Dankeschön. Vielen Dank auch. Applaus Gut. Gut. Schön. Gut. Jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-j haul.